da wohl schiss naja gut dann suche ich hier einfach mal weiter nach irgendwelchen und fang mal an mich mit den Spinnen hier zu prügeln ein ganz böser Raudi bin ich die Kühe sind ein wenig spooky ich weiß gut dass ihr die Schweine noch nicht gesehen habt die sehen nämlich noch viel fieser aus die Schafe sind ganz süß aber der Rest ist dann doch grenzwertig ok es lackt gerade ein wenig ich bin schon wieder stundenlang durch den Wald gelaufen für nie und stundenlang durch die Prärie gelaufen für nichts und wieder nichts da war doch eine Hüge sehr gut ich habe natürlich auch wieder schlau wie ich bin nichts zum abbauen dabei dann äh also keine Fackeln und gar nichts dabei dann mache ich mir mal eben ein paar Sticks und dann mache ich mir mal schön mit der Suppe mit der Pilzsuppe dann habe ich mir mal eben ein bisschen Holz gefällt noch eben ein paar Kühe umgebracht noch eine kleine Basis dann kann ich mir noch eine Basis errichten falls ich mich irgendwo verlaufe so wie jetzt schon wieder ich bin ja so schlau jetzt muss ich nur noch mal irgendwo Kohle finden ok die beiden Typen sind da gegenseitig sehr gut oh Eisen ok hier geht's oh da ist Kohle so so mal eben ein paar Fackeln gemacht dann kann ich nämlich auch in Ruhe abbauen das war jetzt nicht so schlau so so und so so dann vercrafte ich das hier auch noch mal zu fackeln und damit wir hier bei Nacht nicht gleich geschlachtet werden das war jetzt da sehr ergiebig ja muss ich sagen ein bisschen Kohle gefunden ich halte ehrlich gesagt nicht so viel auf Kohle die kann man sich auch anders herstellen aber das Eisen da gefällt mir so ich bin noch überlegen ob ich nicht sogar mit MC Edit das Haus in eine neue Karte generiere und unser Haus in diese neue Karte übertragen sodass wir auf einer neueren Karte spielen das Haus immer noch haben auf einer neueren Karte spielen und somit ähm einfach besser arbeiten können also dass wir einfach mehr Diamanten finden und auch ähm mal ein NPC ne ein NPC Village huiuiuiui da hab ich mich verjagt die mal eben jetzt futtern wir könnten auch eine eine unterirdische Basis bauen Also eine Basis in den Berg schlagen Genügend Eisen für Spitzhacken haben wir auf jeden Fall Oh, geile Sache Sehr gut, bevor irgendwas passiert ist Ganz schnell alles eingesammelt So Ich würde gerne mal was ausprobieren Nein, leider nicht Schade Ne, wir brauchten den Spawner hier ja eh nicht Der wäre viel zu weit weg gewesen für eine Mobfalle und auch viel zu weit unten um die Items herzuleiten also zum Haus zu leiten Die Items wären alle weg gewesen bevor sie angekommen wären Und ich frage mich ob man eigentlich immer noch Moosstein züchten kann Also sprich ob der noch wächst oder nicht Gut Auf jeden Fall schon zwei Dungeons auf der Karte gefunden Das ist gut Das ist gut Ja, da ja Und ich frage mich noch So Ich frage mich noch Ich frage mich noch Ich frage mich noch Und...